Hallo, schönen guten Abend. Ich habe hier einen ganz leckeren Kräutertee. Das Basiskraut ist Kamille und hinzugefügt wurde noch Lavendel, Zitronenmelisse, Himbeerblätter, Rosenblüten und Schafkraube. Ganz besonders dominant schmeckt man den Lavendel heraus. Das ist wirklich sehr lecker. Ich habe nur einen Teelöffel vom Tee genommen und in einen Beutel gefüllt, aufgegossen, direkt in der Tasse. Und das ist ein ganz, ganz tolles Aroma. Eine schöne zarte Farbe hat es. Und den Lavendel zweifelsfrei schmeckt man heraus. Kamille natürlich auch, ist ja der höchste Anteil an diesem Tee. So, ansonsten, man kann ihn heiß und kalt trinken, das ist klar. Das hat der Händler auch schon so beschrieben. Das muss ich nicht alles wiederholen, was dort steht. Aber dieser Tee ist wirklich sehr empfehlenswert. Er ist sehr, sehr lecker und durch und durch gesund. Von der Zusammensetzung her, wirklich ein Volltreffer. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl und empfehle ihn sehr gerne weiter. Nun lasse ich euch noch in die Tüte gucken. Möchtet sicherlich selbst mal sehen, wie es aussieht. Zwar habe ich das auf den Fotos auch noch. Und ja, meine Tasse, die steht leider noch in der Küche. Die war mir noch zu heiß zum Tragen. Und deshalb habe ich die da stehen lassen. Ich wollte jetzt hier auch nicht mit der Tasse noch aufwarten. Das denke ich mal, das reicht, was ihr hier seht. Das ist ein schöner, fluffiger Tee. Schön locker. Ganz herrlich. Okay, und nun wünsche ich euch noch einen ganz tollen Abend. Tschüss.